So und wir kommen langsam in die letzten Runden. Ich probiere jetzt am Moro noch Mahavanahit zum Abschluss. Das hatte ich heute auch noch gar nicht probiert. Vielleicht kommt dem noch was. Und dann mache ich noch ein 10er Merkur und ich glaube das reicht mir dann auch wieder mal für heute. Es war schon wieder teuer genug, habt ihr mitbekommen. Aber ihr wisst natürlich bitte liked das ganze trotzdem und unterstützt mich. Ach ich höre es jetzt langsam auf zu sagen. Ihr wisst es ja im Endeffekt. Und ihr hattet mal wieder ein paar Videos zur Unterhaltung. Ich hoffe nur, dass mal wieder bald eine Wende kommt. Dass mal wieder irgendwelche Kracher, die Winde irgendwann mal wieder kommen, weil im Moment läuft es ja echt sehr dürftig. Kommen wir jetzt mal freie Spiele? Nein. Schade. Es kommt aber wirklich auf keinem Einsatz mehr. Hier was Besonderes irgendwie. Ja, ich mache auch deshalb Schluss, weil es hier wieder voller wird. Dann soll ich eh nicht so wirklich filmen, wenn hier viele Gäste sind. Auch, dass es in diesem Grund, warum ich jetzt Schluss mache. Aber wie gesagt, ich habe ja dann gespielt, reicht mir auch so oder so. Und, Freispiele? Nein. Kommen wir jetzt nochmal was raus hier. Oh, nochmal vier Rotos. Fünf Euro. Schade. Ach, die ganze Reihe da oben wären 25 Euro gewesen, aber der Kasten will wohl nichts Ja, komm, jetzt mach noch mal was, Hauptbeispiele mal so zum Schluss, wär nett, komm jetzt, hau mal was raus, ich muss mal wieder ein bisschen reden, einfach, damit man Ton anlassen kann, einfach wieder irgendwie blöd daherreden und, jawohl, endlich mal schütteln. Tja, was nehmen wir, ich nehme mal, ach komm, mach mal die goldene Mitte, vielleicht bringt's ja was. Komm schon wieder wenig Walz, oder richtig blöd verteilt. Komm, mach mal ein paar Walz. Und da war auch schon wieder vorbei, aber eine ganze Reihe Cars sind da dabei. Schön, hat aber was gemacht. Vielleicht macht der jetzt doch nochmal was so zum Abschluss der Kasten hier. Oder uns steht auch Null Stellung gleich in 15 Minuten. Das heißt, der wird wahrscheinlich eh gleich blockieren und collecten, um alles rauszuholen. Oder aber er macht jetzt zu und frisst alles wieder runter. Ja. Dumm seltsam. Und nochmal ein anderes Spiel zum Schluss. Das ist der Gewinnplan, 60 Cent. Das ist der Gewinnplan. Jetzt kommt nichts mehr. Das sind ja schon 3 Euro. Das ist der Gewinnplan. Das ist der Gewinnplan. Oh, ok. 1,60 Euro. 5,60 Euro. Zumindest sollte er sich mit dem Gewinn. Das ist der Gewinnplan. 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 Oh, doch nicht. Kurz vor Schluss. Auf gehts. Mit Kakala-Aki. So ein Vollbild davon wäre auch nicht verkehrt. Das ist der Gewinnplan. Das ist der Gewinnplan. Das ist der Gewinnplan. Komm. Das ist der Gewinnplan. Das ist der Gewinnplan. Komm, auf jetzt. Durchgerutschte Skizzen. Durchgerutschte Skizzen. Durchgerutschte Skizzen. Und er lässt nun Stellungen rot unten aufleuchten. Ich denke mal, da macht jetzt auch nichts mehr wahrscheinlich. Das war's am Nohu. Gut, bis später. So, zum Abschluss immer noch in der Hexenkessel. Ich hoffe euch hat die Session heute doch gefallen. Es sind ja zumindest mal ein paar Fallspiele und Sachen gekommen. Auch wenn am Ende wieder nichts übrig blieb. Aber zumindest, hoffentlich war es unterhaltssam für euch. Das hoffe ich doch sehr. Zum ersten Mal stehe ich heute Fliegensee. Zumindest bei mir. So, ich aber brauche jetzt genug und keine Lust mehr. Und hier ist eh zu viel langsam los. Und gut. Deshalb. Ich wünsche euch was. Bis demnächst mal wieder. Denkt dran zu liken. Auch zu abonnieren. Und bis demnächst. Ciao zusammen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.